Neptulon, der Gezeitenjäger, ist unser Gott. Er war auch der Gott der Blutbrandung, aber anscheinend haben sie ihm den Rücken gekehrt. Jetzt verkehren sie nur noch Aschara, ihre Nagerkönigin. Ihr werdet die Abbilder Ascharas überall in ihre Siedlungen sehen, die aus Seesteinen gemeißelt wurden. Der Mologeist betrachtet eure Waffe. Die Waffe wird reichen, durchbohrt damit die Götze der Aschir. Man muss sie daran erinnern, dass unser Vater Neptulon der einzigste ist, der wirklich die Meere regiert. Der Mologeist betrachtet eure Waffe. 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 Oh 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 Er macht einen alten Moloch stolz, Mensch. Danke und mögen die Wellen immer an euren Füßen plätschern.